Über der heller Solm und von Leibniz nicht weit, erhebt seine Wurzsicht aus uralter Zeit. Das Schloss auf den Bergen strahlt, strahlt Zypastland, von geistigen Fürsten Schlossetgau genannt. Kultur wird geprägt und viel Wissen behehrt, und danach sich der Hoff noch ein bisschen gelehrt. In der Südsteiermark, in den Bilder bekannt, liegt die Kirche vom Frauenberg weit in ins Land. Zur Wallfahrt der Bildern von nach und von fern, die gläubigen Menschen Maria zu heern. Auch wächst wir ein Tröpfer von christlichem Bein, zum Verweilen lebt uns dieses Krätzchen gern ein. Schon vor zweitausend Jahren waren Brüder am Berg, zu bauen ein Heiligtum auf diesem Berg. Ein Tempel für Isis-Norea entstand, man schlug ergelehrter, noch Spuren gefand. Sie suchen und glauben bis zum heutigen Tag, nach dem Mond sitzt er rüber, wie tief er auch lag. Die Menschen von heute, sie lachen und singen und lassen mein Weihnacht ein Liedlein erklingen. Drum kehr doch mit Freunden in mein Keller ein und genieße vergnüßt den herrlichen Wein.